Hallo Freunde, heute habe ich einen Salat mit Rindfleisch und viel Gemüse zum Abendessen. Statt Rindfleisch kann man auch jedes andere beliebige Fleisch nehmen. Hühnchen oder Lammfleisch, Schweinefleisch, je nachdem was man bevorzugt. Viel Freude beim Anschauen und Nachmachen. Ich habe hier eine Schlangengurke, die teile ich in vier Teile, schneide ich sie einmal durch und dann schaut mal, so ungefähr, so Stäbchen brauchen wir. Ich habe hier auch noch zwei mittelgroße Karotten mit der Karottenreibe gerieben und gebe hier einen halben Teelöffel Salz und hier über die Gurken einen Teelöffel. Das Ganze umrühren. Karotten und Gurken sollten jetzt ein bisschen Wasser lassen. Dafür haben wir sie gesalzen. Ich habe hier zwei rote Spitzpaprikas gewaschen und hier, schaut mal, ich schneide sie jetzt auch in so kleine Streifen. Ich habe hier 400 Gramm Rindfleisch. Man kann alles nehmen, was man so ein Rindfleisch nimmt. Ich habe heute Hüftsteaks und wir brauchen davon circa 400 Gramm. Das Fleisch werde ich in ganz dünne Streifen schneiden. Ich schneide auch eine Zwiebel, schaut mal, erst mal in die Hälfte, dann einmal durch und jetzt in dünne Streifen. In die Pfanne gebe ich etwas Öl und werde hier das Fleisch zuerst anbraten. Das Fleisch ist jetzt angebraten. Jetzt gebe ich die Zwiebel dazu und brate nochmal circa 5 Minuten das Ganze mit. Okay, schaut mal, jetzt ist alles schön angebraten. Jetzt gebe ich darüber 4 Esslöffel Sojasauce. Ich gebe darüber die Paprika, klein geschnittenen, dazu gebe ich noch die Karotten. Ich werde, schaut mal, da ist ein bisschen Flüssigkeit. Die Flüssigkeit lasse ich weg. Drücke das auch so ein bisschen aus und gebe das hier rüber. Jetzt werde ich das Ganze umrühren und nochmal circa 4 Minuten braten. So sieht es aus. Jetzt kommen die Gurken. Die Gurken haben auch Wasser gelassen. Die Gurken ohne Wasser kommen hier rein. Darüber gebe ich jetzt einen Esslöffel Wein, Brandweinessig oder man nimmt den Apfelessig. Einen davon. Dann gebe ich darüber einen Teelöffel Zucker. Ich gebe darüber etwas Chili. Chili-Flocken habe ich, je nach Geschmacks, ob man viel will oder weniger. Dazu habe ich hier circa 20 Gramm Dill klein geschnitten. Man kann aber auch Petersilie nehmen. Und ich habe hier zwei klein geschnittene Knoblauchzehen. Die kommen hier rüber. Dann habe ich hier einen Esslöffel Sesam einfach in der Pfanne ohne Öl angeröstet. Und das kommt hier rüber. Nun wird das Ganze vermischt. Jetzt kann man den Salat probieren. Ich habe es gerade probiert. Schmeckt sehr, sehr gut. Also man kann eventuell noch etwas Sojasauce dazu geben. Sojasauce ist sehr salzig. Ist hier also das Salz im Salat. Man kann ihn auch sofort essen. Wenn man dem Salat aber etwas Zeit gibt zum Ziehen, schmeckt er natürlich noch viel, viel besser. Freunde, das war es für heute. Danke, dass ihr mein Video angeschaut habt. Bitte vergesst nicht ein Like zu setzen und meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.